So verändert sich also einiges bei uns im Ruhrgebiet. Jetzt kommen wir aber zu einer Institution, die ist schon lange da und soll auch noch lange da bleiben, zur Gruga in Essen. Die grüne Oase in der Großstadt, die gibt es schon seit 1929, da fehlt also nicht mehr ganz so viel bis zum 100-Jährigen. Und in diese Richtung ist heute mal gedacht worden, bei der Gruga-Parkkonferenz. Da wurden Ideen gesucht für die Zukunft des Parks, der zurzeit mal wieder richtig gut ankommt. Erholen, genießen, Spaß haben, spielen, vor allem für Familien mit Kindern, ist die Gruga ein echtes Paradies. Das ist super schön hier und ganz gepflegt und mit dem Streichelzoo, mit den Ziegen dabei und mit den Pferden. Und ja, so viele Spielplätze für jede Kinder, irgendwie was dabei und schon schön hier. Burgi Müller und Klaus Mielitzer kennen den Park seit Jahrzehnten und sind Mitglieder im Freundeskreisverein. Also einiges hat ja gelitten auch unter der Trockenheit. Sie kümmern sich um Veranstaltungen, Führungen und Sponsoren. Burgi Müller war zum ersten Mal vor 60 Jahren in der Gruga. Dann war natürlich als erstes die Tiere waren da das Wichtigste. Die Affen, Wölfe, Bären hatten sie und das war für uns eigentlich, das war die Gruga. Spielgeräte wie heute gab es auch nicht. Rutschen, Schaukeln, gar nicht. Also wir haben dann einen Ball mitgenommen, mit dem Ball gespielt. Abenteuer-Spielplätze brauchte man damals einfach nicht. Bücher dagegen kamen an und die Gruga-Bücherei wurde intensiv genutzt. Doch später gingen die Besucherzahlen drastisch zurück. Das lag einfach daran, dass wir in den 80er, 90er Jahren alle unsere Autos wunderbar in der Gegend genutzt haben. Und da ist man dann eben in den Norden zu den Revierparks gefahren oder in den Süden. Inzwischen überlegt sich jeder, wie weit will ich fahren, kann ich noch fahren. Und da ist die Gruga unschlagbar mit ihren Anbindungen mitten in der Stadt. Und so erlebt die Gruga gerade eine Renaissance. Jährlich kommen mehr als eine Million Besucher und die Tendenz ist steigend. Die Gruga ist also beliebt. Simone Raskop ist jetzt bei mir im Studio zuständige Dezernentin der Stadt Essen und auch Betriebsleiterin des Gruga-Parks. Sind Sie zufrieden, wenn Sie diese Zahlen hören, Besucherzahlen? Also eine Million spricht für sich. Wir haben wachsende Zahlen, trotz abnehmender Bevölkerung. Und ich glaube, dass wir einen regionalen Einzugsbereich inzwischen haben, nicht nur in Essen. Und ich glaube, mit dem Angebot der Gruga, was wir zurzeit haben, was auch junge Leute anspricht, werden wir auch weiter wachsende Zahlen haben im nächsten Jahr. Jetzt ging es heute Nachmittag ja darum, Ideen zu entwickeln, zu gucken, wie geht es weiter, wie sieht die Zukunft aus der Gruga. Was war da der wichtigste Gedanke? Also 2020 ist die Zielperspektive und da müssen wir Alleinstellungsmerkmale weiter ausarbeiten. Das ist der Gesundheitsbereich mit Kur vor Ort, ja 270.000 Besucher im Augenblick mit einer schwarzen Null. Wir wollen aber auch das Spielangebot für Familien, aber auch für Jugendliche erweitern. Aber auch der Bildungsbereich, Umweltbildung. Da haben wir mit Schule, Natur 43.000 Kinder jedes Jahr, die im Park sich sozusagen weiterbilden. Macht das denn eigentlich Sinn, so einen Wunschzettel aufzustellen, wenn man eigentlich sagen muss, für Geschenke ist gar kein Geld da? Ja, das ist die Kunst beim Gruga Park. Wir haben ein Netzwerk von 50 Akteuren inzwischen, die eigenständig Projekte im Park realisieren und auch unterhalten. Nehmen Sie mal das McDonalds Haus, also das Jahrhundertwasserhaus der McDonalds Stiftung, nehmen Sie das Gaseum von E.ON und andere Akteure, entwickeln Highlights im Park, Leuchtturmprojekte und investieren und unterhalten sie. Das heißt, mit Partnern geht es? Mit Partnern geht es. Das heißt, die Zukunft ist aus Ihrer Sicht auch gesichert, da drohen der Gruga in diesen Zeiten knapper Kassen keine Einschnitte? Also die Stadt steht hinter ihrem Gruga Park und wird die Grundausstattung auch weiterhin finanziell sicherstellen, aber um zusätzliche qualitätsvolle Angebote zu machen, neue Highlights wie einen japanischen Garten, dazu brauchen wir weiter Partner, dazu brauchen wir auch Multiplikatoren und da wollen wir auch einen Initiativkreis Gruga Park gründen, wo die Wirtschaft mit dabei ist. Also noch mehr Leute dann mit ins Boot holen, 27,50 kostet die Jahreskarte zur Zeit für Erwachsene, 10 für Kinder. Ist das so der Stand auch, der gehalten werden kann in den kommenden Jahren? Das ist ja für viele Bürger einfach interessant zu wissen, was kostet das? Also unser Park ist, glaube ich, sehr preiswert, wenn Sie das mal vergleichen mit anderen Parkanlagen in Nordrhein-Westfalen, aber auch darüber hinaus. Und wir haben vor anderthalb Jahren erhöht, da wollen wir auch die nächsten anderthalb Jahre nicht unbedingt dran. Nicht unbedingt heißt, könnte aber sein. Ja, das muss man dann immer auch sehen, wie sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entwickeln, aber wir meinen, dass wir für das, was die Menschen bei uns bezahlen, auch ein gutes Angebot haben und wollen im Augenblick auch die Preise nicht erhöhen. Wie wichtig ist das denn eigentlich für eine Stadt, für eine Großstadt, eine Metropole wie Essen, solche grünen Oasen zu haben? Also grüne Stadtentwicklung ist ein Standortfaktor. Wenn Sie gucken, welche Firmen, Unternehmen oder auch Wohnungsbauentwicklungen um die Gruger Park herum sich entwickeln, mitten in der Stadt. Das ist ein kleiner Central Park von Essen. Da sind Großunternehmen, da werden Arbeitsplätze geschaffen und das Thema Grün ist, glaube ich, ein Standortfaktor auch für Familien, für Menschen, die hier arbeiten in Essen, um auch hier wohnen zu wollen. Das heißt, große Bedeutung für die Gruger auch in Zukunft, Simone Raskopf. Vielen Dank. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.